Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Du wärst doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Was ist das Paradies auf Erden? Schatz. Ich will, dass du einen Aids-Test machst. Das ist doch lächerlich. Ach ja? Was? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Oh Gott. Was ist so toll? Sie führen kein Gespräch wie dieses. Und? Was ist das, was ist das, was ich so toll an den Frauen in Trinidad zu bauen? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018